Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brethage. So, jetzt sind wir wieder hier in dieser Schranke. Die machen wir jetzt mal auf. Ist denn alles verloren? Welches Signal? Wer ist es? Hopi? Ja, Hopi hat uns irgendwie... Naja, gerettet vielleicht? Oh mein Gott. Ja, ich hab die Notiz am Kühlschrank bemerkt. Oder auf deinem Vorher. Sorry, ich versuchte sie alle woher possible. Du musst stoppen die Flugzeuge der Liner. ASAP. Ich arbeite als Enginheur. Der Wissenschaftler und Wissenschaftler für ungefähr 58 Jahre. Und in den letzten letzten Jahren, wir haben vorbeige Orte für den Brethage Funerary Agency. Ja, die Brethage Agency macht viele dumme Sachen. Was? Bring die Kassette und unser Huhn zu Boris Gromov. Kenn ich den? Ja, ist klar. Das Huhn ist der Key. Wie in meinem Sarg nach. Und warum nimmt er dafür... Okay. So. Ich bin hier durchgeglitscht. Letztes Mal. Und einfach mal ins Nichts gefallen. So. So, und jetzt renne ich vor. Hinter mir kommt was eingerollt. Long. Irgendwas ist passiert. Ah, OP ist da. Okay. Aber irgendwie, da der Sarg nicht irgendwie anders aus eben. Kaputter. Zerschossener. Hat er aber schnell repariert, OP. So, auf geht's. Tada. Da fliegt er. Tschüss, OP. Sehr vorsichtig, der ist eine Neutronenbombe. Oh, was. Oh, da. Oh, seems like reading notes isn't your thing. To be honest, I've no idea, ne, ich hätte die Rückseite lesen sollen. Aber sie ist nicht mehr zu ändern. OP hat den Planeten gesprengt. Eieieieiei. Piep, piep, piep. Defragmentation complete. What happened to this planet? It was like this when we got here, wasn't it? Yes, it was. Ja, wir müssen abhauen, bevor die Polizei kommt. Ist klar. Ist klar. So, nun. Aha. Verbinde die Beschleunigungsstation. Und dann noch mehr an der Seite. Oh, da ist noch ein Motor. Noch irgendwo so ein Kern. Okay. Lagen. Feuer klar. Alles kaputt macht. Okay. Ich gucke nur, ob noch hier mehr Kerne rumliegen. Irgendwo. Irgendwo. War nicht. Oh, eine Aussicht hat man hier. Das ist ein Hörspiel oder was? The Green Universe, apparently, goofed up, so the liner crashed into an old station and exploded. Then hundreds of coffins got activated, turning into aggressive robots that killed the survivors. Your grandpa also got activated and wanted to pass the compromising evidence on to someone he knew, but died a second time. Now we have this compromising evidence and the killer robots clearly know about it. Don't you think we're at risk? Ähm, nee. Weiß es nicht. Also. Zeit zum Trinken. Und Essen. Noch so ein Ding. Wann hab ich jetzt eigentlich davon? Drei Stück. Dupidupi. Was ist das hier? Muss ich denn da hin? Wieder ganz raus? Ähm. Hä? Hallo, ich will hier raus. Mhm. Geht doch. Kerne suchen. Ich hier ganz rausgehe. Und nicht mehr hierher komme. Da liegt noch einer. Wo bin ich noch was? Fragt er sich? Oh, Kerne. Kerne, Kerne. Ich guck mir die Toten schon gar nicht mehr an. Ähm. Irgendwie. Weg runter? Los. Springen dann drüber. Prümer. So. So. Ich bin jetzt hier raus, oder? Naja. So. Da ist wieder dieser... Ich baller dich um. Hüpp. Jetzt. Beweg dich. Autsch. 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 Aber wir müssen hier durch. Wir müssen... Ähm. Ja. Ja. Das war's fast. Den Rest machen wir... Indem wir uns ins Bett legen, oder? Wie gefährlich kann denn das hier sein? Hier zurück zum... Da wollte ich das so wissen. Noch irgendwas, was ich nicht gesehen hab? Ähm. Wasser, Wasser. Ich hab Wasser immer genug. Ich hab genug Essen und Trinken. So. Folge Babes wie Babes Korn. Koordinaten. Erst warten. Bis wir geheilt sind. Das ist wichtig. So, 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 so. Okay. Gut. Wie Babes Koordinaten folgen. Ähm. Sicher? Ah. Nein. Nein. Ich möchte nicht mit Särgen kämpfen. Und das Babes Koordinaten. Äh. Wait a second. The next autopilot point has the same coordinates that Babes sent you in the last message. So, she called Captain Shepard for help too since he marked her coordinates? This definitely doesn't vote well for us. Äh, was? Was jetzt? Wie kommen die denn jetzt alle her? Das ist, wenn ich im Inventar war, dann kann ich nicht mehr steuern. Alles klar. Sehr gut. Hier soll ich doch hin. Oder nicht? Kaputt? Das ist kaputt. Oh. Äh. Ich bin doch jetzt hier. Was mach ich jetzt? Folge Babes Koordinaten. Das sind sie doch, oder nicht? Sind doch Babes Koordinaten, oder nicht? Ähm. Ähm. Hopp. Sind noch irgendwo Koordinaten? Äh. Irgendwie. Neun. Ja, und nu? Das Koordinaten. Ähm. Moment. Ich muss mir das nochmal angucken. Ähm. Wo ist das? Da. Folge Babes Koordinaten. Hat die gleichen Koordinaten. Die Babine in der letzten Nacht geschickt hat. Also bat sie auf Captain Grafskopf um Hilfe. Grafkopf. Bei ihr Koordinaten markiert worden. Da ist definitiv nichts Gutes für uns. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Ich hab keinen Plan. Das war jetzt nichts Gutes. Ja. 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 Das ist mir bewusst. Ich hab keinen Plan. Nicht den geringsten. Hier sind wir hergekommen, ne? Was für Dinger eigentlich? Eigentlich. Ja. Babes Koordinaten. Mann. Es ist doch immer so, dass man da hin muss. wo hier so ein ja so so eine Faust ist. Oder nicht? Mann. Kann man hier andocken vielleicht? Irgendwo. Das wäre definitiv noch eine Möglichkeit. kann. Hm. Kann man nicht. Mhh. Kann man hier nichts andocken. Nichts zum Andoppen. Ich bin definitiv überfragt. Gibt es hier drinnen was zum Andocken? Da ist die Faust. Andocken? Wo? Wo? Absprung? Mann! Wieso habe ich das zufrieden gesehen? Nein, werde ich nicht tun. Oh weh. Der Todesstern. Super. Echt? Jetzt wo ich endlich fliegen kann, brauche ich nie mehr zu machen. Langsamer geht es nicht, ne? Das ist die Zukunft. Das ist alles furchtbar langsam. Die Weltraumkarte. So. 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 Aufbrechen. Okay. Aha. 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 Okay. Hier kann man also auch Sachen aufbrechen. Ist Metall drin. Alles gut. Wie geht da hin? Hier rüber, dann... Links, links. Noch mal zurück. Welche Schleuse. Wie? Alles klar. Öffnen, ohne Geräusche zu machen. Finde das Kontrollzentrum. Aber, das machen wir beim nächsten Mal. Für heute sage ich immer danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und dann, wenn du das mal wiederholst. Und dann, wenn du das mal wiederholst. Und dann, wenn du das mal wiederholst. Vielen Dank.